Kisten aufbauen ja baue man nur eine auf ja zwei eine um das ein steinklotz auch das tut mir jetzt leid Jaja was sagst du noch so so ich gehe schon mal wieder hoch ich folge dir allen Kram da rein was nicht gebraucht was nicht gebraucht naja deutsche schwere Sprache schwere Sprache das war einfach nur älter ich habe einen Ofen kann ich auch noch irgendwo hinsetzen ja kannst du habe ich schon gut ähm ich brauche allen Sand den du habe ich reingeschmissen 50 den ich hatte das waren nur 50 was erwartest du zu viel anscheinend bin ich blöd nein die Tür lasse ich so aber ich bin dir hier gerade Sand am abbauen weil wir hier so eine kleine Nachbarinsel haben hier bin ich ja ja das können müsste unter Umständen sowieso weg wegen dem Wasserfluss wo hast du den Ofen denn hin ah direkt Kohle Fackeln haben wir ja erstmal noch genug apropos ähm hast du das so eingestellt dass er dir die FPS anzeigt nein das habe ich ausgemacht so ich fand das jetzt erstmal nicht es ist ja auch nicht wichtig nö aber ganz nett zu wissen ach warum dass du das äh wissen möchtest tja es ist doch vollkommen nebensächlich ich finde das überhaupt nicht nebensächlich doch solange alles läuft ist doch alles wunderbar ich habe hier nochmal 50 du in die Kiste na toll ach so wie doch und wofür brauchst du jetzt den Sand? für Glas Glas machen? so meine ich denke ich es ist doch auch so dass ich für Glas Sand brauche oder? ja ähm so ne das wird super unsymmetrisch das ne will ich nicht I hate my laptop warum das? weil das jede 5 Minuten mindestens einmal am aufhängen ist das ganze Laptop oder nur Minecraft? Minecraft ok also Minecraft hat Schuld ja ich frage ich denke mal das liegt an der Version von Minecraft ja es war schon in der Vorringen so und in der da und in der da vor 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 so viele gibt es jetzt noch gar nicht hm doch glaube ich schon es hat doch bei wo angefangen? Alpha 0.1 da bin ich mir nicht so sicher doch glaube ich schon mehr die oder oh ah oh oh Hilfe 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 Was denn jetzt? Ein Zombie, ein Zombie, ein Zombie, hast du ein Schwert? Ja. I need your assistance, Mr. Incredible. Obwohl, ich kann mich auch einfach hier... Achso, jetzt soll ich hier die Schweißarbeit machen, oder was? Wie du hast gefragt, ob ich ein Schwert habe. Man kann sich immer so gut rausreden. Ja, das gehört zu meinem Leben. Ah, tot. Falls du dich fragst, was ich hier mache... Ja, wunderbar, du sammelst es auf. So freundlich bin ich. Die ganze Erde, die jetzt noch unterm Haus da ist in der Sand, der muss auch noch weg, ne? So, Oskar, lass uns hier mal Break machen. Oh, na gut, jetzt habe ich gerade einen falschen Blocking gesetzt. Okay, dann machen wir hier einen Break und laden erstmal das hoch, was wir bis jetzt fertiggestellt haben. Auch wenn diese schöne Musik gerade begonnen hat. Aber, naja. Naja. Egal, meine ich damit. Egal. Aber trotz der schönen Musik. Hier, die Insel da hinten, die können wir noch versiedeln. Siehst du, da ganz hinten da. Früher oder später, ja. Okay, dann machen wir hier den Break und tschö. Tschö. Tschö.